Mr. Zyxis ging zurück in die andere Dimension, um herauszufinden, was mit Jason passiert ist, seitdem er abgehauen ist. Auf der Suche nach ihm hat Mr. Zyxis nur seinen Hut gefunden und etwas Blut. Die Frage, die wir uns stellen, ist, was ist mit Jason passiert? Und die viel wichtigere Frage, wird Mr. Zyxis diese Aufgabe meistern? Warum bin ich abgehauen? Wieso habe ich Jason zurückgelassen? Warum habe ich das getan? Der arme Jason. Jetzt ist er hier in der Dimension gefangen. Blut unterströmt, höchstwahrscheinlich. Und ich bin dran schuld. Ich hätte es verhindern können. Dieses Rätsel soll nicht ungelöst bleiben. Ich mache mich auf die Suche nach Jason. Ich werde ihn wiederfinden. Was auch immer geschehen mag. Ich werde dranbleiben. Ah, Mr. Zyxis. Schön, Sie wiederzusehen. Der Diktator dieser Dimension? Ich dachte, ich hätte dich umgebracht. Nein, du hast mich nur angeschossen. Glücklicherweise verfüge ich über hervorragende Ärzte, die mich wieder heilen konnten. Ich sag dir eins. Ich tu dir nicht weh, wenn du mir diese Frage beantwortest. Wo ist Jason? Ah, gut, dass du diese Frage stellst. Weißt du, seit deinem letzten Besuch haben sich immer mehr der Bürger gegen mich aufgehetzt. Und als die wütend richtig zu mir gegangen sind, habe ich ein Portal geöffnet, da wo sie verschwinden konnten. Sie müssten mittlerweile wieder in deiner Dimension sein. Aber einen wollte ich unbedingt behalten. Und das ist dein guter alter Freund Jason, der nun hier reinkommt. Jason, ach, bin ich froh, dass du wieder zurück bist. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich dich vermisst habe. Ich habe hier auch deinen alten Hut wieder. Nehm ihn dir. Ähm, Jason, du siehst irgendwie unzufrieden aus. Ich bin zurückgekehrt. Zurückgekehrt, um dich umzurengen.